Rausch aus der Angst, rei in die Lebensfreude. Viele Menschen in der heutigen Zeit haben Angst. Leider möchten oder können das nur sehr wenige sich selbst eingestehen. Wie bereits im Kapital Selbstverantwortung erwähnt habe, ist die Angst mit dem Thema Selbstverantwortung sehr einverknüpft. Oft versuchen sich die Betroffenen mit Bekömmlichkeit herauszureden. Der wahre Hintergrund ist meistens die Angst durch ein Vorwärtsgehen in eine Veränderung zu kommen und dadurch in die Selbstverantwortung gehen zu müssen. Hier geht es dann also um die Angst, Verantwortung übernehmen zu müssen, weil man noch nicht dazu bereit ist, in die Selbstverantwortung zu gehen. Ferner ist es auch die Angst vor Neuem, wenn etwas in die Veränderung gehen soll. Also ist es in beiden Fällen das Thema Angst. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, auch noch etwas auffälliger auf das Thema Angst einzugehen. Angst ist ein männlicher Urgefühl, das dazu dient, dein Überleben zu sichern. Doch wenn die Angst mit Hilfe des Verstandes Kontrolle über dich hat, dann schränkt sie dich ein und das kann so Krankheit führen. Die Angst hat kein Ziegsal, mit dem du dich abfinden musst. Du brauchst dich ihre Werte zu schämen, noch dich deswegen zu verstecken. Jedoch sollst du dich auf keinen Fall einfach damit abfinden. Es gibt wunderbare Möglichkeiten mit Ängsten umgehen zu lernen und sie in Liebe und Vertrauen zu verwandeln. Wo Liebe und Vertrauen sind, hat Angst keinen Platz. Sätze, die dir hier nicht helfen. Das ist doch nicht schlimm. Das wirst du wieder. Reiß dich doch mal zusammen. Sie zeigen dir höchstens, dass du und deine Ängste nicht entgenommen werden. Sei diese Menschen nicht böse. Oder sie haben meist große Probleme damit, mit Ängsten anderer umzugehen. Sie können diese Angst, Lämmung und Panikgefühl nicht und können das dadurch nicht nachvollziehen. Sie können diese Angst, Lämmung und Panikgefühl nicht und nicht nachvollziehen. Die Angst ist ein wichtiger Bestandteil auf deinem Weg aus der Angst. Nicht Objekte, Tiere, Spinner, Hunde, Situationen, Menschen, Ereignisse oder Höhen und darunter liegende Tiefe verursachen diese Angst, sondern du machst sie dir selbst durch deine bewertenden Gedanken. Angst ist nur ein Gefühl, das auch in deinen Gedanken entsteht. Diese Bewertung kann gewandelt werden. Du kannst dich sinnvoller und effektiver verhalten, indem du lernst und dich darin übst, bewusster zu denken und in fühlen zu gehen und indem du dein Selbstthemen stärkst. Ein Angst gefühlt zum Beispiel während einer Fahrt in der Achterbahn oder bei einem Blick von einer höheren Brücke tief nach unten und so weiter vergisst innerhalb unserer Zeit nach dem Erleben wieder. Sogar auch eine Angst in einer extremen Gefahrensituation, was diese Angstgefühle weiter bei dir halten kann, sind wieder deine Gedanken, indem sie ständig diese negative Vorstellung wiederholen. Bedenke, dass alle deine Gedanken, die Bewussten wie die Unbewussten für deinen emotionalen Körper Realität sind. Schaffst du es schrittweise, gerne auch mit Hilfe deiner kleinen Gedanken um Programmieren, verlierst deine Angst immer mehr die Mark über dich. Deine Gefühle werden durch deine Vorstellung kraft und deine Gedanken gesteuert. Für deinen emotionalen Körper spielt es definitiv keine Rolle, ob du etwas nur gedacht oder wirklich erlebt hast. In beiden Fällen gibt er dieselben Signale an deinen physischen Körper weiter und der Körper reagiert genauso, als ob das, was du dir vorstehst, in Wirklichkeit passiert. Alles, was du dir in Gedanken ausmacht, wird von deinem emotionalen Körper in körperliche Gefühle und Reaktionen umgesetzt. Deine Angst ist eigentlich nur fehlende Selbstbestätigung, fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Selbstwert, fehlende Selbstverantwortung, fehlende Selbstachtung und fehlende Selbstliebe. So wie du deine Vorstellung zur Erzeugung zur Erzeugung einsetzt, so kannst du sie auch zur Erzeugung von Freude, Harmonie, Leichtigkeit und Freiheit einsetzen. Und ebenso zur Erzeugung von Selbstverantwortung, Selbstbestätigung, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe und Selbstachtung. Amt entsteht auch dem, was du meinst, nicht zu verstehen. Also lerne, was die Amt ist, damit du sie verstehen und so mit ihr umgehen kannst, um sie in deinen Alltag zu integrieren. Es bringt dich also nicht weiter, wenn du versuchst, deine Angst zu bekämpfen oder vor ihr zu flüchten. Gewinnbringende ist es für dich, die Amt akzeptieren zu lernen und mit ihr zusammen zu leben. Auch hierzu möchte ich dir ein Zitat aus Barbara Massiniach Buch, die Boten des neuen Morgen wiedergeben. Wir sagen euch ganz ehrlich, dass Amt in eurem Evolutionprozess immer eine große Rolle spielen wird. Also gewohnt euch daran, glaubt nicht, dass Angst schlecht ist. Wenn ihr einmal ein Fisch unterliegt und sie tot nehmt, dann müsst ihr ganz durch sie hindurch gehen und alles erfahren, was ihr fühlt, damit ihr sie überwinden könnt. Sag einfach, ich werde diese Amt umwandeln. Ich werde verstehen, dass sie zum Plan dazugehört. Ich werde verstehen, dass sie mir dienen kann. Denkt daran, dass eure Macht und eure Fähigkeit, Wirklichkeit, Willenlich zu erschaffen, doch endet, wo eure Amt beginnt. Und wir sagen euch, Leben bedeutet, der Amt zu begegnen. Blickt auf die Ereignisse in eurem Leben und darauf, wie ihr es schafft. Versteht, dass ihr sie immer hervorbringt, um euch zu dienen. Dein Verstand ist ein magvoller Werkzeug. Er ermöglicht dir, Dinge zu verstehen und in Gedanken vorwegzunehmen. Jedoch hilft er dir leider auch dabei, negative Verstellungen zu manifestieren. Der Verstand entwickelt ständig neue Methoden, die deine Amt bestätigen, weil er Veränderungen verhindert will. Dein Verstand lebt lieber mit der ihm bekannten Amt als mit der Amt vor Unbekannten. Alle diese Spiele deines Verstandes haben ein Silt. Dein Verstand versucht zu verhindern, dass du etwas gegen deinen Amt unternehmen wirst. Bitte, bitte fallen nicht darauf herein. Du entscheidest für dich, ob du deinem Verstand weiterhin die Kontrolle überlasten möchtest oder ob du nach vorne in die Veränderung gehst. Wenn du auch zu den von anbetroffenen Menschen gehörst, kannst du bei dir vielleicht auch erkennen, dass du meist übertreibende Rücksicht auf andere nimmst. Damit steckst du dich und deine Bedürfnisse zurück, nur um Konflikten auf dem Weg zu gehen. Auf den ersten Blick scheinst du damit Erfolg zu haben. Du wirst zunächst bestimmt als angenehm und unkompliziert wahrgenommen. Doch niemandem entgeht, dass du damit immer mehr und mehr konfliktscheu und wenig durchsetzungsfähig wirst. Deinen eigenen Standpunkt hältst du mit der Zeit lieber immer weiter zurück, um nicht unangenehm auszufallen oder die Harmonie zu gefährden. Langfristig setzt du dich mit diesem Verhalten jedoch selbst sehr unter Druck und macht dir mehr Stress, als du ahnen und ertragen kannst. Hierbei kann es vorkommen, dass du dich dann übermäßig bemüht, dich selbst im Griff zu haben, was dich wiederum enorm Kraft und Energie kosten kann und zusätzlich Stress in dir verursacht. Ein Weg, dich selbst aus der Hand zu führen ist, den Mut auszubringen, dein Leben in die Hand zu nehmen, also in deine Selbstverantwortung zu gehen. Erinnerst du dich, Selbstverantwortung heißt, Sorgen dafür zu tragen, dass du dich wohlfühlst, egal in welcher Situation du dich auch immer befindest. Eine weitere Hilfeststellung bittet sich dir in dem Tun nach und nach Möglichkeit sucht, deinen physischen Stress- und Alltagsstrett abzubauen. Auch dies ermöglicht dir dein Kleiner, da es deine Aufmerksamkeit gesillt umklangt und für dich verwandelt. Weiterhin eignet sich Yoga, Autogenes Training, Progressive Muskelrelation, Meditation, Spaziergänge mit deinem Kleinen. Alleine in der freien Natur jucken wirkt hier eher wie ein Davonlaufen von der Hand, dies kann die Hand noch verstärken. Erlaub dir, deine Hand bewusst kennenzulernen. Erlaub dir, in der Angst deine Gefühle ganz bewusst wahrzunehmen. Bewusst zu sehen, zu hören, zu tasten, zu rischen und zu schmecken und somit spüren, wie deine Angst sich anfühlt. Angst kann sich zwar sehr unangenehm anfühlen, sie ist jedoch nicht gefährlich. Angst ist auszuhalten. Versuche vielleicht auch die gefühlt Erkündung einzusetzen. Erlaub dir, dir deine Angst einzugestehen. Es nutzt dir nicht wirklich, wenn du sagst, ich darf keine Ahnung haben. Das verstärkt sie nur wieder in dir. Versuche es in einer Angstsituation einmal stattdessen mit dem Satz, ich habe jetzt Angst und ich bin bereit, sie auch zu halten. Überlege dich sogar noch, was du tun musst, damit du noch mehr Angst bekommen, um darauf lernen zu können, Angst ist nötig, um daran zu üben. Dich mit der Angst selbst zu konfrontieren, stärkt dich und vor allem deinen Mut. Sag dir, ich will es jetzt wissen. Dann sei dir sicher, dass du das durchhalten wirst. Dies ist für dich und deine Entwicklung wichtig. Fluch würde deine Angst verstärken und dir die Sanse nehmen, eine neue Erfahrung zu machen. Danach kannst du sagen, ich habe das selbst geschafft. Dadurch wird dein Selbstvertrauen gestärkt. Mach es dir zum Sild gelassen, mit deiner Angst umgehen zu können. Sie gehört zum Leben. Gebe nicht der Angst, die Macht über dein Leben. Ralfado Emesum sagte es sehr schön. Tue, wovor du dich fürchtest und das Ende der Angst ist dir gewissen. Erlaub dir, diesen Schritt zu gehen. Du gehst ihn nur für dich. Diesen Schritt, der dich raus aus deiner Angst für und dich damit direkt rein in die Lebenfreude bringt. Erlaub dir, diesen Schritt zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017